Hallo du, du und du natürlich auch. Herzlich willkommen bei, äh, Dinkel, äh, Dinkel, äh, hier im Outback. Und, ja, wir haben eine Mauer. Ja. Das war so nicht mit mir abgesprochen, aber es ist ja... Wieso nicht? Das ist ja nicht mein Spielstatt. Ich, das hat doch gesagt, das ist, äh, so. Ja, ja, alles gut. Haben wir ja schon geklärt, jetzt. Schau, mein Bett. Ja, hast du. Sag euch das mal so. Guck mal. Es ist nicht hübsch. Ja, das kann ich hier draußen. Einfach so. Das ist keine Beine mehr. Ja, ich bin ein bisschen... Äh, so ist es so weich. Ich verschwindet schon da dran. Na dann. Es sind so viele neue Sachen, die ich noch gar nicht kenne. Also so viel jetzt auch nicht. Nein, ich will doch nicht. Da. Nee. So. Zack. Hopp. Was auch immer das ist. Da sind manchmal Dinge drinnen. Zum Beispiel das Bett war da drinnen. Aha. Sozusagen. Sozusagen. Mhm. Ach so. Das behauptest du. Du kannst da morgen... ...morgen gerne reingucken. Weil sie... Ja. Ich würde dir das empfehlen. Wenn du mir das nicht glaubst. Mein Hut sitzt so dick. Ich komme nicht rein. Hallo. Jetzt. Wo kommst du nicht rein? In Marvins Zelt. Erzähl das Marvin. Na der Mann hier im Zelt hier gerade. Ach der. Marvin ist beschäftigt. Ähm. Ähm. Schatz. Ja. Was? 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 Ich... Ich... Ich sag dir zum Nix. Wollt ihr das schenken? Ach du wolltest mir das schenken. Und damit du es einmal siehst. Gleich vorneweg. Also. Trägst du es ja? Ja. 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 Ach so. Und das wollte ich dir auch singen. Eine Perle? Ja. Aaaaaah. Ich hätte gerne die Perle auf einen Stab. Perle auf einem Stab? Perle auf einen Stab. Passend zu meinem Hexenhut bitte. Ach so. Der Weg ist weg. Da kommt auch noch ein neuer... Ich werde jetzt... Ich werde niemals zum Museum mehr finden. Weil der Weg weg ist. Quatsch. Quatsch mit Soße. Hast du zufällig einen Scarlet Falter? Gott nicht. Oh. Das ist doof. Aber bevor ich hier jetzt auf Schmetterlingssuche gehe... Was? Weit? Ja, Pi. Ach, du hast was gespendet. Wollt ich gerade sagen. So, hä? Kaufen wir uns jetzt die Bank. Was? Na, wir kaufen uns jetzt ne Bank. Wie ne Bank? Na, ne Bank. Was für ne Bank zum Sitzen? Nein. Sammel? Na, ne Bank. Ah, eine Bank. Okay. Eine Bank... ...deed. Zum Hinsetzen. Äh, nein. Zum draufstehen? Seit Sonntag? Nein. Hallo, ich rede mit dir. Lauf so ein bisschen nicht weg. Tada! Ich seh das nun grad nicht so. Es tut mir leid. Was? Wir brauchen 15 Hartwurt, Zement, Steine, Quarz... Ne... 24 Nägel... ...und Copper. ...eine Bank. Weiß schon. Aha. Klingt ja voll begeistert. Ich weiß noch nicht. Bank ist wohl gefährlich. Na, ne Bank. Ja, ja, ich weiß. Aber trotzdem ist das gefährlich. Ich kann ja nix dafür. Das ist das einzige Gebäude, was ich grad bauen kann. Ja, komm, bestimmt die ganzen... Dann müssen wir ja bestimmt Zinsen zahlen und so'n Kram. Das kann passieren. Wir werden... Wir werden arm werden, weil wir... Weil wir... Weil wir uns... Weil wir unsere Dispo überziehen und dann... Sind wir pleite? Dann sind wir pleite, ich sag's dir. Ich schwör. Du schwörst? So, mal mit zwei Clinder. Weil ich zwei gekauft hatte. Also einen zweiten, meinst du? Hm. Mein Money schrumpft dahin. Für? Spenden. Unser Bett ist auch verschwunden. Wie viele Nägel brauchen wir? 24. So. Ich muss noch so'n Scarlet-Falter finden. Treiben sie sich rum, wenn man sie mal sucht. Nägel hab' ich. Dann brauchen wir noch Holz. Also der Hardwood. Wie viel? Äh, weiß ich grad nicht aus dem Steg greif. Brauchen wir noch an das Holz oder nur das Hardwood? Nur das Hardwood. Ich weiß nur noch 10 Zement... Steine... Wann? Ah ja, 10 Steine. Hallo, Schmetterling. Wo bist du? Ich sehe ein Schmetterling. Aber ist es ein Scarlet-Falter? Bitte sei ein Scarlet. Wer bildet sowas? Äh, der Malvin. Okay. Der Baum-Mensch da... Möbel-Geschäft, was auch immer. So. Ich habe ein Scarlet-Falter. Das ist ja toll. Mhm. Er wird so glücklich sein. Meinst du? Wie überrennt er mich um? Was, er rennt dich um? Ach, ach. Ach, da rennt er. Machen wir nur noch Quarz und zwei Kupferbarren. Zwei Kupferbarren? Ich habe ein Wutensick... Sicken. Was ist das denn für... Was macht man mit einem Wutensicken? Das weiß ich nicht. Es ist irgendwas Hölzernes. Tja, es ist wie ein Schild oder Brett oder so. Wutenschein. Ja, oder so. Das wäre sowas wie ein Schild. Au, au, au. Jetzt ist wieder Feuer und Flamme. Ah, sowas von. Hier ist ja ganz viel. Ähm, wir kriegen Besuch. Von wem? Ist knorrig, lang und schwimmt im Wasser. Kenn ich nicht. Und ist grün. Das heißt Koko. Sozusagen. Nee, also keine Ahnung. Keine Ahnung? Das ist nie viel. Hast du Quarz schon? Nee. Nee. Gut, dann nehme ich das Quarz. Quarz, komm mit. Wir gehen eine Runde Quarzen. Du bist umzingelt. So wird's sein. Irgendwann wird's dunkel. Patsch, 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 patsch. Reingeworfen. Ich hab Kupfer. Braucht nur noch zwei Kupferbaren. Hab ich. So. Die Bauarbeiten können morgen beginnen. Zubi. Ich hab ja weiße Schuhe. Ja. Schon wieder. Ich hab keine Mupfeln. Ich soll Mupfeln suchen. Sollt Mupfeln... Warte, warte, warte. Achso, ich kann ja schlecht meine geben. Muss ja welche suchen. Also, ich kann sie nicht mal verkaufen. Wieso musst du sie verkaufen? Also, nein. Ich soll noch Früchte verkaufen, aber... Ja, John hat leider schon zu. Wegen, ja. Der hat schon irgendwas denn geschafft. Wir haben Mupfeln gesammelt. Das ist gut. Denk ich. Mhm. Warte, unser Feld ist... Gigi... Äh, gegiesert. Gegiesert. Ist gegossen, ja. Gut. Anschwimm mich mal zurück. Ich würd dir empfehlen, aber nicht dahin zu schwimmen, wo Krokodile sind. Nein. Doch. Gut, dass du es nochmal sagst. Ja, ne? Ich wär sonst mit in die Krokodile geschwommen. Das wär nicht so schön. Das wär ziemlich blöd dann. Genau. Das hab ich nicht vor. Nee? Nein. Nein? Nein. Nein. Ich brauch übrigens einmal Holz. Ich weiß grad nicht mehr welches. Wenn's das mit dir schon richtig easy geht, geht ja die Party ab. Hm? Geht ja die Party ab. Hm. Die Menschen. Diese Menschen. Die Menschen. Sag ich jetzt mal. Voll die Party. Ja. Party. Party. Das ist ja nicht hier alles. Dignal. Das breitet sich aus. Hm? Das breitet sich aus. Guck dir das an. Das sind Melonen. Ja, guck mal. Aber die wuchern über das Feld drüber. Weil das ist ja alles überwuchert. Was ist das denn? Tomaten. Tomaten. Die sind immer noch nicht weiter hier. Was? Hatte ich hier nicht irgendwas gepflanzt? Kapoffeln? Hatte ich schon abgeahntet. Ach so. Okay. Was bist du? Weizen. Okay. Cool. Weizen, Zwiebeln, Tomaten, Melonen und unsere grünen Dingelbums. Na. Vergessen, wie sie heißen. Bohnen. So. So wird ein Schuh draus. Bohnen. 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 Und gucke mal, gucke mal. Gucke. Warte. Wir haben einen Komposter. Was macht man damit? Kannst du Dünger machen. Aha. Was bringen? Weiß ich nicht. Gut, dass wir Roh... Guckst du, dass wir Roh... Äh... Rohos hier drin haben. Ja. Die kappen ganz ordentlich. Dann kann man sie so... Wie kann ich mich da nicht hinlosen? Ach jetzt. Ich weiß nicht, ob man das Haus ausbauen kann. Hat der Herd eigentlich irgendeine Funktion? Nein, leider nicht. Hat er sein können. Wie kommt man jetzt schlecht an die Kiste ran in der Mitte, kann das sein? Ich weiß. Wie gesagt, ich hoffe, man kann das Haus ausbauen. Schon. Dein Hut hängt irgendwas drüber. Nicht ganz dezent. Aber nur ganz dezent. Ja. Nein, ich hab dir was... Ich hatte... ...die Dinge von meinem Singleplayer mitgebracht. Ach so. Also? Aber dann brauchst du die doch selber, dann hast du sie doch nicht. Ach. Das... Das ist eine Korparkieskanne. Ja. Ja. Oh. Mensch, ist künkt aus. Gut, wa? Ich kann nicht, ja. Und wir haben übrigens ein Plant Book. Ein Pflanzenbuch? Mhm. Von... Von... Ja. Der Pflanzendame. Was macht man damit? Keine Ahnung, ich hab noch nicht reingeguckt. Ach, kann man bestimmt die Pflanzen so... Bestimmt. Hast du jetzt auch noch eine Einzelgieskanne, oder? Ich hatte mich nicht getraut, eine zu kaufen. Ich hatte Angst, dass die Kupfergieskanne oder so weg... Also wir können es ja mal austesten. Vielleicht haben wir ja denn zwei. Weil wenn du jetzt so eine Einfahre kaufst... Vielleicht... Ich weiß. Ich auch nicht, du könntest ja mal testen. Die brauchen Staubsauger, ey. Ja. Für diese Watteldinger. Das Gebäude wird aber riesig. Ja. Ist aber groß. Zweistöckig. Ist ja wichtig für eine Bank. Ich hoffe, da kommen keine Bankerhaie rein. Ich glaub schon. Schatzi, Schatzi, Schatzi. Ja? Was denn? In den Recycle-Müll-Eimer ist ein Sonnen-Head. Ein Sonnenhut. Soll ich ihn dir rausholen? Ja. Na ja, gut. Also mein Geschmack ist der Hut nicht. Ich hab gegossen. Du hast gegossen? Glaub ich. Gar keine Chorakains mehr angebaut. Ich wollte mal gucken, was das andere so rum. Weißt du? No. No, klar. Was soll ich denn heute machen? Ist nicht dein Ernst, oder? Ich soll... Ich soll einen Schatz suchen. Ich soll... Hölzer spalten. Und einen Kuchenbacken. Ich soll... Ich soll... Ich soll... Ich soll diese Watte-Dinger... Echt? Jetzt hab ich sie... Och Gott. Das ist ja doof. Ich find bestimmt noch welche. Jetzt hab ich hier alle Watte-Dinger weggeerntet. Im Museum steht noch ein. Ich find bestimmt noch welche. Falls du eine Fliege findest... Ja. Ich brauch eine. Okay. Ich seh bis jetzt nur ein Schmetterling. Falls du Menschen findest. Ich brauch welche. Du brauchst Menschen? Ja. Wieso brauchst du Menschen? Weiß ich nicht. Ich soll mit Menschen reden. Was sollst du mit Menschen reden? Haben die... Sag meine Quest. Also Menschen... Also... Die Blö... Diplom-Verkäuferin ist draußen. John läuft rum. Auch noch. Hat der nix zu tun, der Bingel. Anscheinend. Cool. Oh ne. Jetzt ist er an seinem Laden. Wir haben doch Zeit. Arbeit. Wird ja auch Zeit hier damit arbeiten. Das Steuern erwirtschaftet für die Stadt. Hier ist ein Tier gestorben. Was? Sie sind gestorben? Da ist ein Tier gestorben. Ach so. 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 Schmetterling. Schmetterling. Aha Schmetterling. 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 Nette Menschen schauen gerne Schmetterlinge an. So ungefähr, ja. Das ist ein Krokosil. Ein Krokosil? Ein Krokosil. Mal dran. Hm. Ein Krokosil. Ähm. Ja. Soll ich noch Gras wegmachen? Soll ich noch Gras wegmachen? Schaut. Das ging schnell. Das Gras? Jo. Senden sie raus und dann wusch. Wusch. Dann ist es weggewuscht. Weggewuscht. Übrigens Schatzi? Ja. Die Zeit ist um. Schon wieder? Schon wieder. Glaube ich nicht. Doch. Okay. Jo. Ich sehe eine Fliege. Das ist gut. Und würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Auf jeden Fall. Tschüss. Tschüss. Tschüss.